Das war mal eine spannende Schulstunde für Schüler und Schülerinnen im US-Bundesstaat Utah. Bei einer Belehrung über Feuerschutzmaßnahmen zeigte der Feuerwehrmann Mitchell Cauden vollen Körpereinsatz und tanzte in voller Montur vor der Klasse. Die Schüler gingen begeistert mit und werden auch Caudens Worte zum Brandschutz nicht vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017